Ganz wenn ich jetzt auf Aufnahme starten drücke, da kann es ja, oh, habe ich Content für meinen Zweitkanal, oh, ich bin so schlau, packt es der Stream, ich hoffe es, Steps oder Boost, andere Status unten, so bin ich, aber manche Rachen entschutscht, aua, aufgrund von Covid, yo, das ist laut. Das ist ein RIP-Head von Users, sorry. Warnt mich Nintendo dafür, dass ich eure Dynamics spielen. Ja. 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 Okay, wir sollen nach folgendes, wie, oooo, der Double. Arigato, irgendwas als Wort für alles bei denen. Okay, was ist das? Ah, die haben PG-18 gesagt. Das ist Ganondor. Der gerade irgendwie getragen wird. Oh, er wird in Lava geschmissen. Feier ich. Und tschüss. Ah, Smash. Wahnsinn. HD, okay. I called it. Oh, Captain Falcon. Nein. Das ist witzig. So, der Nächste. Tschüss. Der Nächste. Tschüss. Tschüss. Aber das ist witzig. Das ist witzig. Wie die mit Zelda-Fans den Boden wischen. Naja, wie die es auspeitschen. Oha. Er hat Flügel bekommen. Das Video ist nice. Donkey Kong. Oha. Kazuya Mishima wins. X-Tacken. Ah. Oh nein. Nicht Kirby. Nein. Kirby. Oh, ey. Ey, nee. Nee, das tut weh. Och, man. Nicht Kirby. Oh, ja. Kirby. Ja, ja. Kirby. Ah, meine Cam hat es ein bisschen verdeckt. Aber da ist Kirby im Hintergrund hochgeflogen. Ich wusste, sie konnten Kirby nicht einfach so sterben lassen. Er ist so cute. Bald gibt es mehr Smash-Characters als Pokémon. Ja, kann man so sagen, tatsächlich. Die Aussage kommt nicht von irgendwo, das stimmt. Oh. Eigentlich doch. Ja, ist okay. Tsunami-Kick. Flash Punch Kongo. Steel Paddle Drop. Flash Tornado. Glaubt ihr, dass sie hier etwas zu Pokémon zeigen werden? Das würde mich hart wundern, wenn nicht. Roundhouse-To-Triple Rising-Tow-Kick. Crouch-Dash. Gath-Spitz-Kick. Stone-Head. Oh. Oh, Demon Godfist. Könnte auch selber Aura haben, die Attacken. Die Demon Godfist. R-Entfernung. Uuuh. Wo bleibt Waluigi? Bei Mario Kart. Ich glaube, dass wir am Ende meine Pokémon-Direct ankündigen werden. Ist ja auch was zu Pokémon. Pokémon-Mod. Das ist es. Akurae-San. Danke. 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 Oha. Hoffentlich zeigen die neue Mutical Pokémon Events. Also Schwert und Schild. Mal gucken. Ach du Schande erscheint an meinem Geburtstag. Wieso ach du Schande? Oha. Oha. Life is Strange. Oha. Kenne ich aber nie gespielt. Erscheint auch. Erscheinen. Warum genau Life is Strange? Ja. Ich habe gar keine Ahnung worum es in diesem Spiel geht. Außer dass das Leben anscheinend strange sein soll. Geld. Ja. Wo ist das eigentlich die Antwort zu allen? Warum kommt das hier? Ist halt wirklich so. Warum Geld? Warum Geld? Ist halt wirklich so. Oha. Ich weiß, dass es existiert. Ich weiß auch, dass es existiert. Aber das war es auch schon. Mit meinen Kenntnissen zu Life is Strange. Oh, ein Hund. Ja. Schöne Charaktere. Ja. Schöne Charaktere. Oh. Worms. Oha. Worms. Ich habe in der Grundschule so gesucht. Halleluja Bombe. Legende. 23. Juni. Acht Tage. Oha. Ja. Schieb, schieb. Boom. Oh. Worms. Wie kennt man? Ja. Äh. Ich liebe Deep Guardians, aber ich habe kein Problem, was es war. War das nicht ein Kinofilm? Guardians of the Galaxy? Das ist nicht das Worms, das du kennst. Wie? Worms wird nie wieder das sein, was es mal war, sagst du. Ach. Ach. Ist nicht so toll. Ah ok. Also anscheinend. Danke für die Tipps. No problem with all my friend. Sagt doch, dass du's hin und habst dich gleich bei dir mitgeschaut. Ich hab doch gesagt, dass ich streame. Twitter, Discord, Youtube. Haha. Was geht? eine bliebte rollt dieses jahr jetzt 20 jähriges 20 ja mit 20 wenn es die me ich hab das kind so gesuchtet oh mein gott oh mein gott ich hab das kind so gesuchtet war ein keyboard ja mein gott oh mein gott ja ich hab das kind übertrieben gesuchtet heilige scheiße das hat mein leben am arsch gestreichelt als kind oh mein gott der 3d teil offen der es war scheiße oh mein gott also es kann er sich gerade der einzige bin der sich darüber das hardcore freut aber ihr wisst ich hab das ist das spiel ist meine absolute kindheit fünfter oktober kenne ich nicht war gamecube lässt du den stream da stand jetzt lasse ich nintendo 64 nein oh mein gott oh mein gott das ist geil oh mein gott ja minigames von mario party 1 oh mein gott oh mein gott leck mich auf jungs haltet mich auf haltet mich auf oh mein gott oh mein gott das kann ich mir definieren online spiel wird unterstützt letztendlich wieder ein grund mein zimmer zu zerstören community stream save call bruder 29. oktober oh das ist natürlich ist natürlich noch eine weile hin aber oh mein gott monkey ball super mario superstars endlich hab ich wieder spiele metroid metroid ah ok mit gold save call ein weiterer neuzugau nicht auf den tisch schauen dass die switch dann ausgeht web da hast du bestimmt ja das wäre kacke ach switch was mache ich nur mit dir metroid 5 irrelevant für mich same samus ich kenne dich nur aus super smash du bist eine frau was ist mit prime 4 ist prime 4 nur ein remaster i don't know kenne ich keine ahnung die auch das ist so dread ein schlug gehabt zu mario kart 8 über die markt karte wird safe mehr zerstört oh ja oh ja wenn wir in der letzten runde fünf sterne geklaut werden alter dann könnt ihr was erleben mario kart vielleicht kommt ja was dazu ob nicht ist nun stecken mario kart 8 stimmt als er bei marcel stream warnt die me du warst voll gegen mich glaube ich du sag geile bosse dabei kann ich mir vorstellen kann nicht zu dem spiel sagen was bei mario kart passiert dinge ich habe ein mikrofon gebissen sie sahen den trailer für das erste spiel blablabla mario kart wird wahrscheinlich erst später kommen als eine ankündigung ich hoffe mario kart kommt vor gta 6 die mario kart ist jetzt schon zweimal wien wui u und switch geta 5 war schlimmer ps3 ps4 ps5 die amg 5 richtig Lucro properties wird sind okay gut jetzt wieder Bekannte Franchises Okay Da seh ich mich mit Timmy Yeah Yeah Oh genau da New Content von Mario Kart, yes you can play irrelevanter Randomly, deine Charakter 27, no Imagine, irgendein Hacker macht das so Was ist das? Crush Blast Cruising Blast Ey sieh gut, ey sieh cool aus Mein Gott, ein Einhorn 4 Player Okay Cruising Blast launches as a console exclusive on Nintendo Switch this autumn Wie gar nicht so kakos Oh my god Relive the story of Goku and others 4 Sagas in this action RPG Saiyan Protect the Earth from an invasion by Vegeta in Napa Frieza Take a stand against the evil Oh, da Natürlich müssen die Krediten wieder mobben Ah, Buu Ja Buu war ja bis vor kurzem Wenn die Beast Antagon ist Aber Dann kam Dragon Ball Super Hey Why not help out the locals? Or collect ingredients for delicious meals Okay, aber das Dragon Ball Z ja Und nicht Shrank Ball Super Oh, danke für den Follow Ah, Beerus Ich stelle es mir mit Bewegungssteuerung Ich stelle es mir von lustig vor So, du stehst so auf Hast du hier deinen Switch Controller Machst so Siehst Verdammt Du hast es noch gar nicht getroffen Und schmeißt dann einfach deinen Controller weg Da sehe ich mich Da sehe ich mich total Da habe ich Bock drauf Boah Ich weiß es nicht, man Warum Golf Also Das habe ich schon letztes Mal gesagt Warum denn Golf? Warum nicht Fußball? Es gab auch so ein Basketballspiel auf dem DS Das war auch geil Fußball, Basketball, Hockey Aber warum Golf? Wow Lavados Kostenlose Updates geplant Digga Golf war noch nie gut Als Kind habe ich halt gezockt Mario Golf Super Rush Swinging onto the Nintendo Switch System June 25th 25 Juni In 10 Tagen Okay Ready for the ride of a lifetime? Welcome to the vast and vibrant world of monsters Cool man kann sein Mie spielen Was keiner macht Und keiner macht Gefragt hat So Ja Drei Tage vor Mein Geburtstag Oha Juli gehört dir Sagst du A monster Companion Gather Materials such as Honey and Ore Then use them to craft items for your journey But beware of the mini monsters roaming about Some are docile But others may suddenly ambush you Oh To fight You'll team up with your monstie And use weapons and skills to overwhelm enemy monsters in turn-based battles Win And you'll be rewarded with their materials Which can be forged into new weapons and armor Hey Is that an egg? You might be able to hatch a new monstie Incredibly powerful monsties can also hatch from rare eggs Need more traveling buddies? Join up with friends for co-op multiplayer quests and battles Buckle up Ryder It's going to be a real monster of an adventure Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Soars onto Nintendo Switch July 9th Kennt man das Franchise? Der Monster Hunter? Kennt man Nevermind Oh Okay Ein neues Spiel vom Chef einer gewissen Firma Das ist Wario Das war Wario Ja Er trifft mich steuern Das Spiel verstört mich Hallo guys Was geht ab Volker? Spiel verstört What the fuck Wario 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 wollen ich glaube ich habe mich damit klar aber ich bin es in lustig aus online wenn es einen modus hat und diese mich immer online machen kann dann ich habe gerade 21 kann man nachvollziehen das ist jetzt irgendwas spannendes verpasst mario party bekommt ein mario party also es kommt neun mario party teils aus mit so mario party 1 bis 3 so in highlights auch mit online multiplayer also mario party classic so zu sagen und das war für mich ein highlight keine ahnung hier super monkey ball bekommt auch das war so für mich kurze frage juckt das game da irgendwen nein deswegen gucke ich gerade nur auf den chat schien megami tensai hätten wir hätten wir predikten müssen uns war schwach von uns dass wir darauf nicht gekommen sind ich hab schon wieder vergessen wie das spiel heißt gab noch nichts was mich extrem abgeholt hat extrem ja ok wenn die betonung auf extrem liegt dann mich auch nicht mal gucken bekanntlich kommt ja das beste immer zum schluss wer spielt so was leute die auf solche elfen stehen kann was mit katamari katamari ich glaube nicht ich glaube nicht das sagt mir gar nichts es gibt noch leute die sagen weil man punkt spielt die haben keine ahnung ich hätte da bock drauf dieses spiel oha eine monster fliege das ist halt nicht mein franchise das ist halt nicht mein franchise das ist nicht so gut ein game zu sehen was ich okay finde aber es aber nicht holen werde sehe ich seien sie gespannt auf weitere neugrücken ich bin todes gespannt auf weitere neugrücken war klar dass sie das dazu ach der pädobär der lieblingsspiel endlich ich habe auch nur die ganze zeit darauf gewartet man das slapst du für das gang holt mich richtig ab holt mich ab und fährt mich zum nächsten wagen wird es ein vollpreistitel sieht man dann wenn man es vorbestellen kann i guess das wort verzweiflung beschreibt meine erwarten gerade sehr gut die diary war bisher so gut niemand jeder doppelpunkt das was raptor sagt niemand das was mike sagt also ich bin halt ich bin glücklich mit diesem monkey ball und der war die mario party aber so extrem abholt hier das was max aber ich bin schon mal happy mit den beiden spielen habt ihr keine angst vor geistern doch ach du scheiße die spain chilling story features various protagonists Vorrausdien zu Halloween ist eigentlich eine witzige Idee. Hikami Berg? Ach du Scheiße, die blutet aus den Augen, man. Pokémon Snap mit Geistern. Wir haben Angst vor OG, wenn er Mario-Teacher spielt. Ja, vor mir oder hast du Angst vor mir oder hast du Angst um mich? Beides kann ich nachvollziehen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Beides ist 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 ist. Du. Du. Du wie die... Ding ist. Die Dive geht noch, ey. Tony Hawk's Pro Skater. Der nächste Banger, ey. Muss Dennis beim nächsten Mal Mario Kart schneiden. Danke, man. Danke, man. Dass ich jetzt schon... Dass ich jetzt schon rasiert werde, obwohl ich ja Mario Kart spiele. Totalabhänger. Boah. Halbe Stunde wasted. Mario Party Super Monkey Ball. Also ich bin zufrieden, aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Tony Hawk. Ja. Was bei Tito. 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 Man macht halt über dich an die Milanской Hobart und unsereσι JP supermarket wandern. Mario undte. Er witzi auf meinem dritten September Haus des Geldes. Hi. Einποιender muss noch kommen. Das stimmt, ja. Ein battler muss noch organisations순도 nicht langsam weg Sonst wird es wirklich so. Warte, ist sie schon fór point? Ready? Explore Planeten, die mit quirkigen Residenzen und sogar quirkiger Sekretärchen. Und in diesem frischen Take auf das Taktik-Genre, können unsere Heros freilich um die Battlesfläche laufen, und nutzen strategische und chaotische Möglichkeiten. Oha, ich sterbe mit einer Zahnlücke. Warte, wer ist das? Warte, was ist das? Das wird ein helles galaktisches Event sein. What the fuck? Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, launches into Space or onto Nintendo Switch next year. Im gezeigten Spielaufstimme befinde ich noch in deinem... Hä? Was ist das? Hast du schon Lupin Teil 2 reingeschaut und jetzt bei Folge 3? Ich hab's schon fertig. Ich hab das in einer Nacht durchgesuchtet. Ich hab Lupin durch geile Serie. Facebook-Game oder wie. Ja, gute Beschreuerung. Ich hab's schon mal gesehen. Warte, du hast es die Bensonen zu Freiheit. Okay. Wie hoch hat das? Wir machen das Spielaufstimme. Wir sind die ersten zwei Olympischen Kriegern, den Film der Roadshow. Das ist alles. Wir fahren bei Säge und Spirationslattform, du bist die Spielaufstimme. Wie gefällt es ihm bisher? Dinger, leck mich am Arsch Unsere letzte Bekanntgabe für heute Achso, bekannt gar Ben Bekannt gar Ben Oh Ah Ich würde das Dragon Ball Game kaufen Ich glaube mein letztes Dragon Ball Game war Boah, das waren wir letztes PS3 oder Gamecube Weiß ich gerade gar nicht Oder sogar PS4 Der Trailer, leck, what the fuck Ja, genau Jetzt Schwert und Schild drittes DLC Achso, okay Verstehe Wer bist du jetzt? AG Jetzt Gen 9 Kann man Pokemon überhaupt erwarten To be honest Also man kann es erwarten Oh 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 voll den Bauch rein. Dafür, dass es die letzten Bekannt kam, ist das nicht sicher. Also, wenn du Zelda-Fan bist, dann... ...sehe ich wohl... Als nächstes... Hä? 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 Ja? Ich kann mit Zelda nichts anfangen. Hä? 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 So... Subjektiv, objektiv. Kein Pokémon, ne? Sieht danach aus. Hä? 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 kommt doch nie in solchen E3-Sachen, oder? Ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, sorry. Guck mal grad was. Wir streben eine Veröffentlichung 2022 an. Was sagen die dazu? Was war's für diese Nintendo Direct? Ey, die wollen wirklich kassieren, ja. Finale Statement, nein. Hm. Ja, soviel zu... Pokémon kommt safe. Ähm, guck mal. Das ist die Grafik aus dem einen Video. Hier war mal die Pokémon-Präsenz vorher. Dann war's letztes Jahr. Es hätte die E3 rausgefallen. Die haben's dann eine Woche später gemacht. Maybe nächste Woche? Was zu Pokémon? I mean, was ist das? Juni 2020 war's der 17. Wir haben jetzt den 15.06. Maybe vielleicht diese nächste Woche. I guess. Sollte, sonst kassieren die. Sonst kassieren die brutal. Diese Gauner. Ah. Ich kacke in die Ecke. Lass uns zusammen in die Ecke kacken. Da kommen so viele Games. Ja. Singes. Extrem abgeholt hat mich nichts. Aber ich bin zufrieden mit... Äh... Monkey Ball und Mario Party. Und Dragon Ball vielleicht. Pokémon Unite, die man zu weit ver... Stimmt, Pokémon Unite haben die auch nichts gemacht, ne? Krass. Obwohl die getweetet haben sogar. Aber die haben den Tweet danach gelöscht. Wahrscheinlich genau deswegen. Damn. Damn, 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 damn. Irgendwas neues Chaos kommt. Pokémon Z braucht nichts. Ja, läuft bei denen, Mann. Trink Wasser. Ich muss eh nur. Ich muss pinkeln. Warte bis nächstes Jahr. Okay, ich warte bis nächstes Jahr. Krank, ja. Krank, 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 krank. Ich geh in meine Ecke und weine. Ich geh auf die Toilette und weine. Ab, ab. Ich glaub, das ist... Ey, nein. Ich will's nicht sehen. Wir gucken uns jetzt den Chat an. Chat im neuen Fenster öffnen. F, 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 F. Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter. Hauptsache... Ey! Monkey Ball ist gut. Schlecht. Fünf von zehn. Enttäuscht. Wesen kommt Among Us heute. Oha. Einer schreibt Trans-Tracks. What the fuck. Sehr gute Direct-Arts, klar. Are you golf nice? Nee. Was? Was für ein Zeichen. Das sah doch mega heftig aus. Entschuldigung. Digga, was will der Trans-Tracks? What the fuck. Trash Direct. Grüß zur Enttäuschung heute. Äh. Äh. Abonniert mich. Nein, Spaß. Minecraft... Warte, was ist das für... Was für Minecraft 2 Pro Controller? Digga... Digga... Ey. Trans-Tracks, Digga. What the fuck. Herzen? Okay. Äh. Ey. Deck. Schau mal raus. Ja, Jungs, Alter. Hast du Cooldown gemacht bei Wassertrinken? Ja, hab ich. Okay. Äh. Was jetzt? Gehen wir jetzt alle heulen? Das wäre eigentlich der Play, den wir machen können. Einfach heulen gehen. Okay. Ich bin alle Tetris. Fühlt es, Leute, keine Infos, wie auf Pokémon Unites, nur wie Dingens. Äh. Wir weinen uns in den Schlaf. Ich denke, was geht denn jetzt hier weiter ab? Das ist nicht interessant. Ach, Leute. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja. Moin. Was geht ab, Piper? Mallcard ist nicht gut. Also, ich muss pinkeln. Und ich hab Hunger. Deswegen, wo können wir noch Party machen? Ah. Ja, ich schicke euch mal rüber zu... Wutze. Der hat mich auch mal geradet. Jetzt kann ich mir mal was zurückgeben. Yeah. Ich will noch leben. Ja. Äh. Ja, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir gehen jetzt alle gemeinsam heulen. Und... Schaut mein GPL-Team-Building. Abonniert mich. Joint-Discord. Und... Ja. In dem Sinne. Kurs geht raus, Leute. Morgen. Morgen hier Watch-Stream. Morgen Watch-Stream. Morgen GPL-Watch-Stream. Wieder so nachmittags. So 15, 16 Uhr. In dem Sinne, haut da hin. Kuft da hin. Eine.